Der Bruder Ibrahim. Bruder Ibrahim, wie alt bist du und seit wann bist du Muslim? Ja, ich bin 33 Jahre alt und bin, alhamdulillah, 1999 zum Islam konvertiert. Masha'Allah. Also sieben Jahre jetzt ungefähr, oder acht Jahre? Ja. Okay, alhamdulillah. Und was war der Weg? Ich frage dich erst mal, was hattest du früher für eine Meinung von Islam? Und, beziehungsweise was für Vorteile und wie war dann der Weg, dass du den Islam richtig kennengelernt hast? Ja, das ist sehr schwierig. Ich war eigentlich als Christ getauft worden und habe mit der Religion eigentlich wenig zu tun gehabt. Meine eigentliche Meinung war eigentlich, es gibt keinen Gott. Ich konnte ihn nicht sehen. Ich konnte keine positiven Ereignisse erfahren. Wenn man etwas Schlechtes erfahren hat, meint man dann immer, ja, wo ist Gott und so weiter. Nein, also ich war absolut ungläubig und absolut davon überzeugt, dass es Gott nicht gibt. Ja, später, ja, im Laufe der Zeit, als ich dann älter wurde und nachdenklicher wurde und das erste Kind kam, wo das Leben praktisch ernster wurde, wo man Verantwortung hatte, da hat man schon tiefer nachgedacht. Und so, naja, es ist eine längere Geschichte, so kam ich halt auf diesen Weg, da muss doch irgendwas sein. Und dazu wollte ich noch sagen, deine Vorträge, der Sinn des Lebens, die wären damals eine große Hilfe für mich gewesen. Denn das war immer die Frage, wo ist der Sinn des Lebens? Ich war ständig auf der Suche. Ich habe also festgestellt, also wenn ich jetzt so ein Report mache, also zurückdenke, dass ich halt ständig auf der Suche war. Also ich habe mich festgeklammert an irgendwelchen Popstars, ja, es war irgendwann mal Elvis und dann war es dann Michael Jackson und dann irgendwann war ich in der Cowboy-and-Country-Szene, dann war ich Rocker mit einer Harley Davidson und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es hat mich alle nicht erfüllt. Ich war absolut immer an irgendeinen Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, Mensch, das kann es nicht sein. Ja, so kam ich dann halt immer mehr in diese Richtung. Ja, ich wurde dann irgendwann mal etwas, also sehr krank, war im Krankenhaus und habe dann einen Priester, einen Portugiesenpriester getroffen, der mir seine Begegnung zu Gott erklärt hat. Und da wurde ich sehr neugierig. Und daraufhin habe ich, dadurch, dass der Islam einfach mehr im Vordergrund steht, man hört das Wort Gottes im täglichen Gebrauch, Alhamdulillah, Bismillah und so weiter. Also das Wort Gottes ist ständig bei den Muslimen zur Erinnerung wiedergegeben. Und das hat mich also sehr neugierig gemacht, damit ich dann halt angefangen habe, im Koran zu lesen. Ja, so war dann halt der Weg. Ja, super. Ich habe jetzt eben, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe ja auch schon viele andere Kirchen gehört. Also das ist eigentlich am Anfang so dieses ganze Christentum, also dass man davon wenig mitbekommen hat. Man war halt zu Hause. Richtig, richtig. Und dann hast du gesagt, du hast auch eigentlich nicht an Gott geglaubt. Was ja auch eigentlich verwunderlich ist, wenn man denkt, dass jemand ja aufwächst, schon mit einem Glauben an Gott, der den Glauben an Gott predigt. Und was ich bei vielen Leuten beobachtet habe, ist, dass bei ihnen einfach das Problem ist, dass man eben jetzt im Christentum speziell, auch im Religionsunterricht, der war ja sicherlich bei dir auch da, dass man immer so dieses Bild bekommt, ja okay, der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott. Und es gibt keine richtigen Antworten darauf, warum passieren auch Dinge, die eigentlich uns eher negativ erscheinen. War das vielleicht auch etwas bei dir, was dich dazu geführt hat, nicht an Gott zu glauben? Dass es halt diese Antwort nicht gab und du hast dich später im Islam gefunden, oder? Nee, eigentlich nicht. Also es war eher so, dass ich nie irgendwo ein Vorbild hatte, der mich halt praktisch an den Glauben oder an irgendeine Glaubensrichtung herangeführt hat. Also so, dass ich absolut, also ich muss dazu sagen, ich bin auf der Straße groß geworden und musste mich durchkämpfen. Und von daher war dann mein Gott oder meine Clique war mein Gott oder mein Zuhause. Und von daher hat man diese Gedanken gar nicht gehabt. Aber jetzt bist du ja in Kontakt gekommen, du hast gerade durch diesen portugiesischen Pfarrer, Priester, ja. Hast du dann gesagt, ja okay, hast du dich auch etwas mit diesem Christentum auch etwas beschäftigt? Weil das ständt ja eigentlich... Nein, eben nicht. Das habe ich nicht getan. Ich habe mich mit dem Koran deshalb auseinandergesetzt, weil ich aus meiner Jugend her schon sehr viele muslimische Freunde hatte, die mir leider auch nie über den Islam erzählt haben. Gut, das Übliche, man darf kein Schweinefleisch essen und so weiter. Man muss Kopftuch tragen, also eine Frau muss Kopftuch tragen. Das war es dann aber auch schon. Aber das hat mich da also dazu bewegt, im Koran zu lesen, dass ich halt die Erinnerung hatte, dass mir damals muslimische Freunde hin und wieder mal was erzählten. Also bist du durch muslimische Jugendfreunde, hast du halt auch etwas über Islam gehört, hast dich dann entschlossen, dich mit dem Koran zu beschäftigen. Und hast du dann den Koran gelesen auch? Ich habe erst, also ich habe angefangen, ich habe versucht darin zu lesen und habe also eigentlich nichts verstanden. Und habe ihn gleich nach den ersten zwei Seiten wieder zugeschlagen und zur Seite gelegt und dann hat es dann auch eine gewisse Zeit gedauert, als ich das dann nochmal versuchte, aber es kam nicht zu einem Verständnis. Dann habe ich irgendwann mal von einem deutsch konvertierten Bruder, Wilfried Mord Hoffmann, ein Tagebuch gelesen. Und das hat mich schon sehr neugierig gemacht. Und er hat mich dann dazu bewegt, mehr Literatur, islamische Literatur mir anzuschaffen und also mehr, also so eine Art Eigenstudium anzueignen, so ein kleines. Und dadurch habe ich dann mehr Verständnis bekommen und konnte dann auch langsam verstehen im Koran. Also dann hast du dann halt eben verstanden, was da auch steht. Also das Verständnis kam mit der Zeit. Richtig, mit der Zeit. So eine Etappenweise. Also man sieht, was ich jetzt so höre, ist ja, okay, du hast halt einige muslimische Freunde gehabt, aber die waren dir nicht wirklich ein Wegweiser, sondern es ging alles mehr durch Eigenstudien. Ja, ja, ja. Das ist traurig. Ja, leider, finde ich auch, weil, wenn man heute, weil ich weiß, dass es der richtige Weg ist, weil es die Offenbarung, die Ehrlichkeit, die Tatsache ist, finde ich es wirklich schade, dass halt die Leute es nicht ernst genug nehmen und vielleicht auch nicht das Wissen haben oder und sich keine Mühe machen. Und sich keine Mühe machen, das jemand anderen halt beizubringen. Das ist ja eigentlich eine Schande, wenn jemand als Muslim weiß, dass das die Wahrheit ist und du hattest viele Freunde und sie sagen dir nicht, ja komm doch mal bitte in die Moschee oder komm mal Islam und also, naja. Und gab es einen entscheidenden Punkt, sag ich mal, ich verstehe, du bist etwas da reingewachsen dann durch dieses Verständnis, aber gab es auch einen besonderen Punkt, der dich auch, der dir nochmal so einen, sag ich mal, seinen Kick gegeben hat, dich dazu zu entschließen, also jetzt die Scherde zu machen, den Islam anzunehmen. Ja, es ist so, dass ich halt währenddessen ich las, festgestellt hatte, dass ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich hätte eine geschlossene Tür vor mir, vor meinen Augen und die würde sich mehr und mehr öffnen und konnte mehr und mehr einfach erfahren und habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach konvertieren und mich zum Islam bekennen, auch obwohl ich nicht, sag ich mal, das große Wissen hatte, aber es hat gereicht, um zu sagen, das ist der richtige Weg, Allahs Wort ist der richtige Weg, es ist die Wahrheit und da kommt man nicht dran vorbei. Wenn man nicht verlieren will, muss man diesen Weg gehen. Und wie war das dann, wo hast du dann die Scherde gemacht, wie kam das dazu? Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe, es war irgendwie ein ganz spontaner Tag, da habe ich mich dazu entschlossen, zum Amtsgericht zu gehen und mich von den Kirchensteuern zu befreien, weil das lief einfach so weiter und dann habe ich gesagt, nee, aus Protest eigentlich, wollte ich da hingehen und sagen, nee, so, ich zahle nicht mehr und was habe ich mit der Kirche und so weiter. Und als ich dann vom Amtsgericht wiederkam, bin ich in der Stadt spazieren gegangen, ganz nachdenklich, war in der Bücherei, habe nochmal geguckt nach Literatur und dann habe ich mir gesagt, Mensch, geh doch mal in eine Moschee und frag mal, wie funktioniert das, wie kommt man zum Islam, wie wird man Muslim? Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, bin zur türkischen Moschee gegangen, zu den türkischen Brüdern und habe ihnen davon erzählt, dass ich sehr viel gelesen habe und dass mich das interessiert und ich gerne zum Islam konvertieren möchte und habe gefragt, wie kann ich das machen, wie funktioniert das? Und dann hat er mir gesagt, bist du dir ganz sicher, dass du Muslim werden möchtest? Da habe ich gesagt, ja. Dann sagte er zu mir, ja, dann fährst du jetzt bitte nach Hause, wäsch dich, suchst dir einen islamischen Namen aus, bringst dir noch jemanden mit als Zeuge und kommst so schnell wie möglich wieder. Das habe ich gemacht, das war alles sehr unheimlich für mich. Dann sind wir in die Moschee und dann musste ich die Schahada sagen und dann haben mich die Bude alle gedrückt und es war natürlich erstmal so, ganz neu für mich, aber es war ein unwahrscheinlich schönes Gefühl. Also man hat sich wirklich geborgen gefühlt und man wusste, das ist der richtige Weg. Alhamdulillah. Und jetzt sagen wir aber danach, wie ging das dann so weiter? Also da hat man sehr sicherlich dann auch seine Probleme gehabt. Beziehungsweise wie hast du dich jetzt danach gefühlt? Also wenn wir jetzt dein Leben von heute vergleichen mit dem Leben von damals. Ja, also es ist so, dass ich damals, also ich bin immer schon irgendwie selbstständig gewesen und Kleinunternehmer, ich habe also fast mein Leben lang immer nach Erfolg getrachtet, nach Karriere und habe auch einige Niederlagen erleben müssen und dann bin ich auch wieder gut auf die Beine gekommen und ich habe sehr viel Zeit darin investiert, aber im Grunde genommen bin ich immer unglücklich gewesen und ich muss sagen, der Bruder Ibrahim Abounaji hat das vorhin schon mal ganz nett erwähnt, wenn man wirklich diese Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala spürt, dann ist man zufrieden und das ist, Alhamdulillah, das ist alles. Also ich möchte also im Vergleich zu meiner damaligen Zeit einfach heute für den Islam leben und arbeiten. Das ist also das, was ich fühle und was mein Wunsch ist. Oh, faka ka Allah, möge Allah dir erfolgt. Insha'Allah. Hast du noch ein Wort jetzt zum Beispiel an die Mitbürger, die Muslime und die Nicht-Muslime? Ja, also ich kann nur jedem die Empfehlung geben, nicht hören auf die Medien, nicht hören auf dem, was irgendwelche Menschen dort sagen über den Islam, einfach selbst sich überzeugen, denn sonst wird man nie die Wahrheit erfahren. Das ist meine Predigt und das kann ich nur jedem empfehlen, sonst wird am Ende derjenige, der sich nicht die Mühe macht, der Verlierer sein. Und das wäre schade. Subhanallah.